Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Heute geht es um ein Theaterstück, das schon seit einigen Jahren bekannt ist. Und es lohnt sich immer mal wieder dort vorbeizuschauen. Und zwar geht es um die Königs vom Kiez. Und das ist kein Fehler irgendwie in der Grammatik, sondern es geht um die Familie König. Irgendwie eine liebenswerte Kiez-Familie, wenn man so möchte. Dieses Stück ist heute Abend um 19.30 Uhr zu sehen im Schmidt-Theater. Es ist ein Musical mit Musik und Promille. Zur Einstimmung gibt es schon mal den Trailer vorab. Wir brauchen dringend Kohle, wir fliegen aus der Wohnung. Genau, du könntest doch den Opis auf dem Bahnhofsklo beim Abschütteln helfen. Dafür lassen sie bestimmt was springen. Hey, so spricht man nicht mit seinem Kind. Heute ist der letzte Dreck, morgen doll ein Lama, sich zu gern an keinen Zweck. Alles ist in Lama, hey ja, hey ja. Alles ist in Lama, hey ja, alles ist in Lama. Das Musical Die Königs vom Kiez zu sehen heute Abend um 19.30 Uhr im Schmidt-Theater. Alle Infos dazu natürlich unter tivoli.de. Tickets sind online verfügbar und sind zu haben ab 25,30 Euro. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung. Und noch mehr Termintipps, die gibt es natürlich wie immer unter hamburg.de slash heute. Wir geben ganz kurz ab in die Werbung, melden uns gleich zurück hier im Frühcafé am Dienstag. Bleiben Sie gern bei uns, bis gleich.